Diese Art von Windeln ist selten, die Kiddo von Abu wird nur mit zwei Klebestreifen befestigt. Gemeint ist dabei immer die Gesamtanzahl. Zwei bedeutet also nicht zwei pro Seite, wie ihr es von den meisten Windeln her kennt, egal ob medizinisch oder bunt bedruckt. Sondern zwei heißt, dass man pro Seite eben nur einen Kleber hat. Manchen von euch wird das trotzdem bekannt vorkommen, Kinderwindeln waren schon immer so aufgebaut, hatten also nur zwei Kleber, einen pro Seite. Bei den Windeln für Erwachsene ist das eine andere Sache, dazu kommen wir später noch. Die Packung ist durchsichtig mit einem großen Aufkleber drauf, wie man es bei den klassischen Verpackungen kennt. Darin sind zehn Stück enthalten, der Taillenumfang reicht bei Größe M von 65 bis 110 cm. Die Windel selbst kombiniert auf der Klebefläche aufgedruckte Eulen mit einem gepunkteten Muster, das Muster geht über die gesamte Fläche bis hin zum Po. Dazu sind in einem Grünton noch Muster aufgedruckt, die wahrscheinlich Blumen darstellen sollen. Von außen eine ähnliche Aufteilung, wie sie sich bei anderen ABDL-Windeln bewährt hat. Auffällig ist das Muster mit feinen Punkten über die gesamte Fläche, das habe ich so noch bei keiner anderen gesehen. Wie üblich haben wir einen höheren Auslaufschutz innen, der auch einen Booster verkraften dürfte. Erst beim Auseinanderfalten sieht man die Kleber. Abo hat sich für einen breiten Kleber entschieden, der etwas breiter ist, als zwei einzelne Kleber von anderen Windeln untereinander. Ganz neu ist dieses Konzept nicht, die Junior Plus hat nur zwei Kleber und war bereits vor einer Weile im Praxistest. Abo selbst hat mit der Kusche selbst einen Konkurrenten mit zwei statt vier Klebern auf den Markt gebracht. Diese Windel gibt es schon sehr lange. Es war eine der ersten bunten ABDL-Windeln, die ich gesehen habe und sie schien eine Zeit lang recht verbreitet zu sein. Wie legt man so eine Windel an? Nicht ganz so einfach, weil beispielsweise der breite Kleber leicht Wellen unter sich bildet, in denen Luft ist. Das sollte vermieden werden, im besten Falle klebt er ohne Luft darunter auf der Klebefläche, wie bei Windeln mit vier Klebern. Was man sofort merkt, es ist nicht mehr möglich, durch die Kleber die Windel feiner zu stabilisieren. Bei vier Klebern habe ich mit den oberen den Halt gesichert und mit den unteren sie enger gemacht, für einen Sitz nahe am Körper. Auch wenn das nicht mehr geht und die Kleber eher gerade sein müssen, hält die Windel ordentlich, solange man die Kleber eng genug platziert. Was allerdings bleibt, ist eine lockere Folie, bei dieser Windel haben wir unter den Klebern ein gutes Stück an Folie, die lose herumflattert. Merkt man das, denkt man, nicht richtig geklebt zu haben. Es geht aber nicht anders, weil normal an diesem unteren Stück der zweite Kleber ist und dafür sorgt, dass alles stabil ist und möglichst wenig Folie lose bleibt. Dieses Problem hatte ich bis jetzt bei jeder mit nur zwei Klebern, allerdings in unterschiedlicher Artikel. Bei Teddys Ultra war diese lose Folie oben, das fand ich deutlich unangenehmer, weil man dabei ständig am Bauch das Gefühl einer sehr lockeren Windel spürt. Als ob die oberen Kleber gerissen wären. Abu hat dies nach unten verlagert. Dort finde ich es weniger störend, es ist nur an den Seiten und oben sitzt die Windel relativ stabil. Ganz neu ist dieses Konzept übrigens nicht, die Junior Plus hat nur zwei Kleber und war bereits vor einer Weile im Praxistest. Abu selbst hat mit der Kusche selbst einen Konkurrenten mit zwei statt vier Klebern auf den Markt gebracht. Diese Windel gibt es schon sehr lange. Es war eine der ersten bunten ABDL-Windeln, die ich gesehen habe und sie schien eine Zeit lang recht verbreitet zu sein. Schauen wir uns die Dicke und Saugleistung der Abu Kido an. Mit einem leeren Gewicht von 179 Gramm ist sie sehr weit hinten, nur die Playdays Classic von NRU brachte mit 166 Gramm noch weniger auf die Waage. Dementsprechend fällt auch das Ergebnis vom Praxistest aus, nach guten 1,6 Kilo fingen sie an mit Auslaufen, ebenfalls ein unterdurchschnittlicher Wert. Für die unter euch, die dicke Windeln mit hoher Kapazität mögen, mag das eine Enttäuschung sein, das kann ich gut verstehen. Aber es gibt auch Situationen, in denen manche bewusst dünnere Windeln verwenden. Beispielsweise, wenn man sie nur wenige Stunden tragen kann. Oder es besonders unauffällig sein soll. Daher würde ich das nicht pauschal als schlecht sehen, sondern anders. Wie sieht es mit dem Preis aus? Das Zehnerpack kostet 28,95 Euro, für eine einzelne Windel muss man somit 2,90 Euro bezahlen. Wow, ein ziemlich stolzer Preis für die gebotene Leistung. Im Vergleich mit anderen finde ich das unverhältnismäßig teuer. Die Kiddo Will Soke kostet mit 2,39 Euro deutlich weniger und hat mit über 1,9 Kilo sogar mehr ausgehalten, um nur ein Beispiel zu nennen, wenn man möglichst wenig Geld ausgeben kann oder möchte. Soll es noch günstiger sein? Reaz verlangt für die Safari nur 2,33 Euro und die Windelbog beim Auslaufen 2 Kilo. Selbst die Little Rascals V2 ist mit 2,69 Euro immer noch 21 Cent pro Stück günstiger. Mit über 2,4 Kilo hat sie im Praxistest eine deutlich höhere Saugleistung bewiesen. Ich könnte noch einige weitere Beispiele nennen, die alle belegen, für das was die Windel an Urin aushält, ist der Preis viel zu teuer. Das rechtfertigt meiner Meinung nach weder das Design, noch die Entscheidung für zwei Kleber. Für den optimalen Sitz ist das sowieso unsinnig, weil der Körper von Erwachsenen deutlich größer ist, als bei Kindern und Erwachsene auch viel mehr in die Windel machen. Auch wenn es bei dieser Windel weniger stört als bei anderen und man geübt theoretisch nur halb so viele Kleber befestigen muss, funktionell machen zwei statt vier Kleber keinen Sinn und sind bestenfalls eine optische Sache, die an kleine Kinderwindeln erinnern. Wie denkt ihr darüber? Schreibt es gerne in die Kommentare oder kommt in die Chatgruppen. An der Seite findet ihr viele Videos zu anderen Windeln. Bleibt trocken, bis zum nächsten Mal.